Wir machen bis zwölf oder das hier fertig. Je nachdem. Bis zwölf oder das ist fertig. Okay, nein, sagen wir mal, wir machen noch, wir machen noch diese Welt hier, sag ich mal. Also Welt 2, Chapter 2, weißt du? Ah, ja, es ist jetzt schlecht, dass du es da hingestellt hast. Musst du hier, hier unten wieder hinpacken. Wieso das? Damit die hier nicht mehr langfliegen, weißt du? Also nicht mehr so weit wegfliegen. Guck mal, weil jetzt, das muss da halt rein. So. Zuck. Wollte grad sagen, da oben ist doch was, oder? Warte, 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 da oben geht es doch noch weiter. Ne. Ne. Wegen dir sterbe ich immer. Na mach du mal das da. Ist ja zu kompliziert, ne? Ne. Ausziehen. Ja, bei mir war ich schon neben dir, aber ich habe dich damit hochgezogen. What the fuck? Die Gesichter sind voll nice. Ja, ich finde die auch mega witzig. Was? Du hast irgendein Geheimnis geöffnet. Hier sind ganz viele Gemstones. Loin, wo bin ich? Oh, da ist das. Ja. Hast du nichts? Ich hab's. Irgendwo. Nein, 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 nein. Rechts, ganz, 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 ganz. Ja, geh hin. Ja, ich bin doch tot. Ah, lol. Ich bin das. Oh, unten. Ja, ich kann nicht hin. Ich komme da nicht hin, Alter. Ich dachte, ich war im Links... Ich komme nicht klar mit diesen... Was war das denn jetzt? You do know there's an A plus, right? Hä? Egal, wir haben's geschafft. Ja, uns fehlt aber ein Steinchen. Also, mir ist das egal. Also, ich kann auch ohne alle Steine leben. Ja, du wolltest auch 100% machen. Ja, dachte ich auch, aber... Ich hab keinen Bock, das Leben noch mal zu machen. Aber wer ist jetzt wer? Ich bin der mit dem bösen Dick. Mit dem. Wer ist jetzt wer? Nitschke ist der das Ende zum Gerausstrick. Loll. Ich will auch da lang. Muss es so einfacher. Okay, there's two. Okay. Okay. ... ... ... ... Nein, lol! Bei mir ist das komplett verbuggt alles, ey. Ich komm gar nicht klar. Hast du mich grad ins Wasser geschubst? Nein, ich soll nicht. Ach nein. Nein! Ich wollt grad sagen, du musst dann rein. Verpiss dich doch mal. Die Dinger sind so nervig, ne? Scheiße. Ich warte auf dich. Feuerball! Und selber sterben. Nice. Hallo! 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 What a beautiful gemstone for a beautiful prisoner! Okay, man kommt auch so hoch. Ich brenne! Ich hab dich doch auch... Ich hab den doch auch angezündet. LoL! Wie soll das denn funken? Ach, für rüberwerfen. Hey ho, sagt die Botec. Zu dir. Wer? Zuschauer. Nichts Geläten ist das Volkneugel. Ich hab's. Ich hab's. Ich wusste, du krass hast. Ja, klar. Hast du so sehr in mich beliebt? Nein. Hast du da oben? Hast du da oben? Hast du da oben oben? Ich warte immer noch durch. Ja. Ja, hab ich so. Bleiben wir nicht mehr. Mann. Mann. Männlich. 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 So, das war die in dritten Türen. Und wir nutzen gar nicht so die Fähigkeit mit dem nach oben werfen, so ne? Alter, der Dodge. Der Dodge is real. Hey. Ich bin deiner Fähigkeit ausgedr... Ich bin deiner Fähigkeit ausgedr... ...mich hin. Manche Sachen sind halt echt aufgelöst, ne? Leu, leu. Ha! Wir hindern uns halt die ganze Zeit gleich. Äh, äh, gegenseitig. Guck mal, wo ich gespawnt bin. Loll. Äh! Upsi! Okay. Äh. Kannst du auch einfach Kim sagen? Okay. Kannst du auch einfach Kim nennen. Kim? Ja. Also, es kennt wohl ihr Namen, oder? Nee, glaub ich nicht. Ha, ha, ha. Bestimmt nicht. Das ist, glaub ich, nur so ein Pseudonym oder so. Hey, wie kommt man jetzt da ran? Warte. Lol. Alter, du warst auf Speed. Ich bin Eis. Ich bin schon wieder Eis. Ich bin... Äh, Maxi, ich bin immer auf Speed. Gesundheit. Dankeschön. Was? Geht. Gesucht. Oh! Oh! Sogar ein Timer, oder? Was ist das? Ach, ja! Hä? Null! Hey, wieso kann ich hier runter? irgendwie nach links ganz wahrscheinlich wir können wir müssen hier durch ich muss erst auffangen was ist rechts gleich kannst du rechts noch runter nehmen wow Oh mein Gott, ich bin glücklich! Hoh! Huh! Geh kalt, ich versuche zu sehen! Wow, ist er unglaublich hoch Schön, aber hoch Okay, nein, will ich nicht Okay, nein, will ich nicht Wow Wow Auf und Exit spawnen, nice Arena Easy Easy peasy lemon squeezy Hey Leute, ich wohne nicht da unten, du da oben Bist du bereit? Geh weg Du musst gleich instant hin Du musst gleich instant hin Nice Warte 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 Ich hab's Ich hab's Ich muss eine Plattform davon bauen Damit ich rüberkomme Kannst du einfach wegschieben, aber okay Oh Okay, so you go like this And it's a ton of fun, trust me Hmm Wo kommst du hin, ne? Leut! Du bist so ein Spast! Ich wollte gerade sagen, guck mal nach da! Oder? Es ist so warm, ey! Ich sterbe! Bei mir geht's eigentlich voll. Ne, bei mir ist es richtig ätzend. Jetzt kommen wir in die drei Level auf Zeit. Vielen Dank!